Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spongebob Squarepants Rehydrated A Battle for Bikini Bottom Sokomme ich da jetzt gar nicht so rein? 40.000 kann ich Ihnen helfen ich habe gerade mal 7.000 und er verlangt von uns 40.000 na gut dann halt nicht dann gehen wir jetzt bei Plankton hier rein und schauen und dann ja gucken wir mal ja hier wird essen serviert aber keine lieben die behörden haben bestätigt dass die roboter die in bikini bottom amok laufen tatsächlich aus dem abfalleimer kommen ja genau da wo du stehst Plankton inhaber des abfalleimers und insbesondere bekannt für den bau von robotern deren einziger zweck es ist chaos und zerstörung zu bewirken hat jegliche verstrickungen dementiert und dann werde ich auf euren kindern herumtrampeln und dann auf den kindern eurer kinder das waren die eilmeldungen aus bikini die das so schlecht an nein gehen und was das steckt ist hier wird sich Weg zu Dich. Oh, da brauchen wir mehr goldene Pfannenwände. Hm. Okay, ähm. Ich kann irgendwie nicht zielen. Nein, ich hätte einfach nur so bleiben müssen. Okay. Geschenke öffnen ist klatschen. Next. Easy. Okay, äh. Ja. Verlassen, mehr gibt es hier nicht. Wir haben gerade mal 44. Hm. 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 Ja, naja. Spongebob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Einfach mal nach rein. Okay, äh. Was ist hier drin? Noch ein Pfund für Patrick. Ah, guck mal, das war ja komplett geheim. Ja, äh. Also. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Oh, mein. 12.000. Na ja, wir gehen mal zurück. Ja. Ja. Ähm. Ja, was können wir denn eigentlich dann so machen? Ja, was können wir denn eigentlich dann so machen? Ja. 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 Aber da steht ja jetzt dahinten, no. Hast du meine Sock? Noch nicht, Peck? Oh, Pum. Uh! Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Scheiße. Okay, da schauen wir nicht. Das sehe ich schon. Obwohl, wenn sie jetzt mal fahren würde. Doch, das schaffen wir. Aber hier ist leider nichts mehr. Ja, wir müssen halt in Rock. Ich habe jetzt noch eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Wir gehen zurück. Wir gehen in die Innenstadt von Bikini Bottom und gucken dann nochmal, ob man da irgendwie weiterkommt. So, mal schauen. Mal gucken, mal gucken. Ja, hier waren wir schon überall. Ich weiß. Waren wir eigentlich schon in der Bank drin? Ah, ne. Ich glaube, da kommt immer ein Grantschland. Wo ist dieses Dach? Das war auf jeden Fall für Sendin. So, warte mal. Wir können mal gucken. Jetzt sind wir hier genau. Und wenn wir dann da hochgehen, dann müssen wir doch bei Poseidon-Zeug sein. Scene, Alter. Gehen wir da rein. Nochmal. Und gucken da, ob irgendwas da noch ist. Na ja, naja, 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 hier auch nicht. Das sind immer noch dort, wer. Guckt man vielleicht von der Lagune irgendwie da hin? Das ist das Industriegebiet. Gleich mal auch alles. Hier haben wir alles. Hier fehlt uns ein was. Das ist hier von Pa... Äh, nee, das war... Nee, dann weiß ich nicht. Ich weiß nur, die Pa-Trick ist okay. Sandberg, da haben wir alles. Äh, bei der Hellenhöhle, da fehlt ein was. Rockbottom, oh Gott, äh, da fehlt uns auch jede Menge. Da, das müssen wir dann noch mal erkunden. Das ist, äh, da haben wir alles. Und das ist die Gebiete, da gab es nur eins. Hier haben wir alles. Poseidon. Das Taxi-Nemo. Echt kann man... Okay, davon. Das geht. Das wusste ich gar nicht. Lois. Ah, nee, doch, da war man ja, das war ja Robots, das Sendin, ne? Herrgitter, war man dort. Wir waren dort, wir waren dort, okay. Äh, kommt da mal wieder hin. Das habe ich jetzt komplett verkackt. Kannst du auch einfach hierhin reichen? Äh, ne, kannst du noch nicht. Ja, hier fehlt uns auf jeden Fall auch noch ein was, äh, da müssen wir auch noch mal vielleicht gucken. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. War nur. Also hier waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Also die sechs haben wir ja schon mal. So, hier waren wir nur, also das müssen wir auf jeden Fall noch erkunden. Äh, hier waren wir. Hier waren wir. So, das heißt, hier, das ist alles so. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, und der Rest haben wir ja noch nicht. Das ist halt Patrick, da. Ne? Ja, das ist Mr. Krabs mit den Glänzen. Und das ist hier auch nochmal Aufgabe. Also wir haben nur ein bisschen was zu tun. Ähm. Wir müssen jetzt aber erstmal gucken, wie wir 50 Dinge hinkriegen. Dazu müssen wir einen Rockbottom, das geht anders gar nicht. Und, ja, da gehen wir jetzt nochmal gucken. Oh, wie funkehend. Äh, ja. Da müssen wir dann nochmal schauen. So. So. Geschenke öffnen ist klasse. Kennen wir schon alles. Äh, naja. Okay, wir müssen alles. Bruder. Ja, das war auf jeden Fall nicht knapp, so. Okay, wir wollen mal auf jeden Fall schon mal. Aber hier, danach bin ich dann irgendwie gar nicht weitergekommen. Da müsste ich mir echt nochmal so ein Video anschauen. Bereits eine Runde Schwamm, bald? Ich kann's einfach durchrennen. Das ist ja nichts. So. Hier war man auch noch gar nicht. Glaube ich oder so. Wir müssen in Rockbottom auf jeden Fall noch sehr, sehr viel erkunden. So. Okay, das war schlecht. Und das war schlecht. So und hier brauchen wir dann scheinlich Sandy. Rockbottom macht mich echt zu schade. Ach ja. Hier ist nichts zu nehmen. Das ist aber schön. Okay. Okay. Schon besser. Woohoo! Woohoo! oh So, jetzt. Okay, ähm, da haben wir das jetzt auf jeden Fall auch schon mal schafft. Okay, ähm, tschüss, nicht so gut wie Texas Barbecue-Soße. Gut, das haben wir auch schon. Ja! 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 So, hier kommen wir noch weiter. Hoffe ich. Okay, aber weiter kommen wir jetzt auch nicht. Okay, schon besser. Ja, okay. Ja! 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 frisch wie eine frühlingsbrise ja 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 Hm. Hm. Ja. Genau meine Größe. Auch! Auch! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Auch! Nimm das Kapowie! Zu hübsch! Ich heiz nicht aus! Auch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Hm. Frisch wie eine Frühlingsbrise! Tartarsauce! Wie schrecklich! Tartarsauce! Wie schrecklich! Wie schrecklich! Wie schrecklich! Auch! 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 Ich schaue mir im Video an! Auch! und dann schaue ich um die ist dabei also wenn ich hier nur gut und jetzt nix aber für gar nicht ich werde dann einfach die anschauen ich habe auch nicht alles naja 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 ok ich würd sagen wir reisen mal wieder zu Bikinibotten und dann äh ja 7 Socken haben wir und die 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 in schreib Warte mal, ich dachte, ich habe da gerade was gesehen. Okay, anscheinend bin ich blind. Okay, da geht es nicht hoch. Such weiter nach... Hey, du hast deine Roboter ges... Nein! Und auf dem Hintern eines Roboters war ein Schild, auf dem stand Eigentum. Naja, vielleicht, aber ich... Und ich habe dieses Bestellformular für Roboter-Teile mit deiner Unterschrift ge... Kann ich das zurückhaben? Das brauche ich für meine... Ich glaube, du wirst mir die ganze Zeit einen Bären auf... Ja! Äh... Ich wette, du hast die ganzen Roboter gebaut. Und sobald ich in den Abfalleimer komme und herausfinde, wie man sie aufhält, werde ich es allen sagen. Na gut, sag es allen. Sei ruhig eine Pätze. Ich bin trotzdem schlauer als... Ich bin trotzdem noch nicht überall hin, oder? Ne, das gehört schon da mit, oder? Ja. Naja, ähm... Dann, äh... Guck mal, da oben ist ne... Dings! Wenn man da auch immer hinkommt... Dann musst du wahrscheinlich erst mal nach da. Ähm, Freunde... Ich werde mal auf jeden Fall... Jetzt, ähm... Oder später... Bis morgen, weil morgen ist die nächste Aufnahme-Session... Ein Video angucken... Wie du da in Rockbottom weiterkommst... Weil das ist einfach sauer... schwierig. Und, äh... Ja... Aber... Naja... Okay... Gut... Da würde ich da aber dann jetzt auch sagen... War jetzt nicht die längste Folge, aber egal... Ich würde dann sagen, das war's mit Video... Lasst gerne ein Abo, was es halt so gibt... Und, äh... Ähm... Und, äh... Ja... Dann schauen wir in der nächste Folge in Rockbottom... Und dann... Werden wir dort... Vielleicht noch in der übernächsten Folge... Alles herausfinden... Und dann... Haben wir diese nächsten... Äh... Golden Fun window... Und dann können wir... Weiter gucken... So ist der Plan... Okay... Dann würde ich sagen... Das war's mit dem Video... Ich bitte schon... Und sage tschüss... Und auf... Wiedersehen... Ciao! Ciao! Ciao!